Nächste Aktie, Barrick Gold. Hier auch von der Gewinnseite her, von den Bilanzkennziffern, was den Gewinn anbelangt. Ein neutraler Smiley, kein negativer Smiley, sondern neutraler. Und warum? Da möchte ich auch gleich ein bisschen die Negativität rausnehmen, denn dieser neutrale Smiley gilt in Anführungsstrichen nur für das erwartete Geschäftsjahr 2023. Der hier droht nochmals ein Gewinnrückgang, nachdem wir dann drei Jahre vorher auch schon Gewinnrückgänge gesehen haben. Aber dann 2024, 2025 ist die Erwartung sehr, sehr positiv und es spiegelt sich auch eine Ebene drunter wieder bei der Dividende und der Dividendenrendite. Ansteigendes Szenario, Dividendenrendite deutlich über drei Prozent ab nächstem Jahr, also 2024. Und auch das Kurs Cash Flow Verhältnis lässt hier den Smiley grün erscheinen. Was bedeutet das auch hier im Überblick? Ja, auch hier KGV bis runter zum Free Cash Flow und EBITDA Ratio. Summa summarum drei Smileys, drei positive Grinser sozusagen. Das KGV ist deutlich unter Branche. Kurs Buchwert Verhältnis ist deutlich unter Branche. Kurs Cash Flow Verhältnis, dann auch das EBIT Ratio und der Free Cash Flow deutlich unter Branche. Und von dem her haben wir hier von den Bilanzzahlen und von den Aktienkennziffern hier sage ich meine Konvergenz und dementsprechend reagieren auch die Analysten. Jetzt kann man sagen, es ist ein komisch. Vorher war so ein bisschen Verhalten von den fundamentalen Daten her und die Fundamentalanalysten waren hier plötzlich positiv. Bei Barrick Gold ist es fast auf den ersten Blick schon wieder komplett andersrum. Aber so ist es nun mal. Fünf Analysten, fünf Meinungen sagt man immer so spaßhalber. Deswegen machen wir hier bei Cash Kurs nochmal den Blick unter den Blick. Und das ist hier auch bei der Barrick Gold ganz wichtig. Denn ja, summa summarum sind sich natürlich alle 19 positiv. Ja, im Sinne von ein paar wollen nur halten. Also, wir wollen hier bei der Barrick Gold ein fundamentales Fazit ziehen. Wir haben von den Bilanzkennziffern her ein sehr gutes Szenario. Wir haben von den Aktienkennziffern her ein sehr gutes Szenario. Dementsprechend sind sich auch die Fundamentalanalysten einig. Und jetzt kommt der Chart bricht aber aus dem Aufwärtstrend heraus. Wir haben zuletzt einen Test der Unterstützung bei 18 US Dollar 11 gesehen. Den sehen wir jetzt im Moment auch. Was allerdings aus charttechnischer Sicht hier positiv stimmt. Wir haben den Ichimoku Kinkuhiyu noch nicht getestet. Das ist diese Wolken-Wolken-Analyse-Form und das ist ein ganz wichtiger Trendfolger. Also, wir haben im Moment einen Trendbruch, einen charttechnischen Trendbruch. Aber der Ichimoku Kinkuhiyu Indikator, das ist der sogenannte Alles auf einen Blick Indikator, lässt uns hier auch noch neutrales Fazit ziehen aus marktechnischer Sicht. Das heißt, bei allen guten rundum erfreulichen Fundamentaldaten gilt jetzt trotzdem der Blick Charttechnisch nach unten, nämlich der 18 Dollar 11. Wenn die hält, sind wir weiterhin zwar aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebrochen, aber die Grundtendenz ist dann trotzdem noch weiterhin aufwärts gerichtet. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.